Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Endlich Ich. Bevor wir mit diesem Podcast starten und ihr die Geschichte von Sheila hört, möchte ich mich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen bei dir da draußen bedanken, denn es ist etwas ganz Unfassbares für mich geschehen. Bei dem Red Forks Award konnte ich doch tatsächlich durch dich und meine liebe Community einen unfassbar guten dritten Platz erlangen und ich bin mega, mega dankbar dafür und ehrlicherweise habe ich damit nicht gerechnet, da so viele gute Coaches nominiert waren, auch Coaches, die wirklich schon viel länger arbeiten als ich und viel, viel mehr Follower haben und schon ewig ein Podcast und naja, deshalb war es für mich fast unmöglich, unter die ersten drei zu kommen und ja, ich habe nicht mit dir gerechnet und mit euch und mit all eurer Liebe und mit eurem Support und dafür möchte ich euch aus tiefstem Herzen danken. Und es bedeutet mir wahnsinnig viel, dass so viele ihre Stimme mir geschenkt haben, weil sie meine Arbeit lieben und ja, weil sie einfach für mich gevotet haben und deshalb ein ganz dickes und großes Dankeschön dafür. In dem Podcast jetzt mit Sheila geht es ja darum, dass sie in einer narzisstischen Familie groß geworden ist, die auch noch zu den Zeugen Jehovas gezählt haben und wenn du in einer toxischen Familie groß geworden bist, dann schau dir unbedingt auf meiner Homepage den Kurs Befreie dich aus der Toxizität deiner Familie und schütze dein inneres Kind. Das ist ein so, so wertvoller Kurs und es kommen so viele Mails immer rein, die sich bedanken dafür, dass sie endlich dieses Konstrukt, diese Muster aus der Kindheit sich anschauen konnten mit diesem Kurs und auch transformieren konnten, lösen konnten, verstehen konnten, analysieren konnten und vor allem, dass alle a. verstanden haben, sie sind nicht schuld und b. ja, einen guten Weg gefunden haben, nach diesem Kurs mit ihren Eltern umzugehen oder aber auch nicht mehr umzugehen. Das ist dann ganz individuell das, was du danach entscheiden kannst. Ich packe den Link zu dem Kurs, befreie dich natürlich in die Shownotes unter diesem Video, unter dem Podcast und dort kannst du ihn dir dann kaufen. Es ist aber ganz, ganz viel Spaß mit Sheila und gute Erkenntnisse. Und ja, ich bin gespannt, wie du darüber denkst. Schreib es mir gerne auf Instagram oder unter meinem Post oder Filmchen bei YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Endlich ich. Der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming, psychologische Beraterin und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Verbindungen herauszuholen und sie vor allem zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Heute freue ich mich, Sheila bei mir zu haben. Sheila hat, glaube ich, das alles schon ganz alleine hinter sich gebracht. Sie hat sich aus den toxischen Verhältnissen ihrer Ursprungsfamilie herausgelöst. Sie hat viel versucht zu verstehen, insbesondere weil dieses Umfeld noch wahnsinnig prägend in religiöser Hinsicht war. Denn ihre Eltern oder ihre Mutter gehörte den Zeugen Jehovas an, weil auch ihre Großeltern den Zeugen Jehovas angehörten. Und ja, in dieser Situation ist ihre Mama tatsächlich mit Sheila schwanger geworden. Dass das ein Riesenknackpunkt war für die Großeltern, für die Gemeinde und ja, auch eine Riesenverantwortung für Sheila mit sich brachte, darüber wollen wir heute in diesem Podcast sprechen. Sheila, vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank für deine Einleitung, Katja. Ja, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und von meiner Geschichte erzählen darf. Ja, sehr schön, dass du da bist. Du hast ja mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du eher so in einem sehr narzisstischen Umfeld aufgewachsen bist, was eben, wie eben schon angekündigt ist, durch diese religiöse Zugehörigkeit der Zeugen Jehovas ja nochmal ein anderes, eine andere Farbe, wie will ich sagen, noch eine andere Schwere vielleicht sogar oder eine größere Regel oder Reglementierung mit hereingebracht hat. Deine Mama hat dich bekommen, ohne dass klar war, wer dein Vater war. Das ist immer eine, ja führt zum Ausschluss, glaube ich, aus dieser Gemeinde. Und wie hast du als Kind deine Mutter, diese Religiosität, dein Aufwachsen so wahrgenommen, mit dem Blick natürlich einer Erwachsenen drauf? Also, ja, also es war so, dass meine Mutter, die ist schwanger geworden und bei den Zeugen Jehovas bedeutet das den Ausschuss aus dieser Gemeinde. Nun war es so, dass sie trotzdem bei meinen Großeltern gewohnt hat. Wir hatten da ein Haus mit zwei Wohnungen. Die Großeltern haben unten gewohnt, sie hat oben gewohnt. Sie ist auch kurz nach meiner Schwangerschaft wieder arbeiten gegangen. Von dem her war meine Oma dann in der Pflicht, würde ich jetzt mal sagen, auf uns aufzupassen, was ja zur damaligen Zeit auch unüblich war. Erstens, dass man alleinerziehend ist und, ja, dass man das dann irgendwie gehändelt gibt, weil diese Elternzeit, die ist dann auch gar nicht so lange, das stand meiner Mutter ja damals gar nicht zur Verfügung. Ja, und wie habe ich das wahrgenommen? Es waren für mich irgendwie schon zwei verschiedene Welten. Also ich hatte das Glück, muss ich fast schon sagen, dass ich nicht in diese, in diesen Glauben so extrem mit eingebunden worden bin, weil es war so, dass wir schon immer wieder mal in diese Versammlung, in diese Gemeinschaft mithin mussten. Und es waren halt, man trifft sich da dreimal in der Woche. Und das ist auch wichtig bei den Zeugen Jehovas, dass man sich viel sieht, dass man auch kaum Kontakt hat zu anderen, weil man geht da seinen Weg. Die Zeugen Jehovas glauben ja daran, dass irgendwann Hamageddon kommt und das Paradies dann entsteht. Also diese Welt, in der wir leben, die ist laut den Zeugen Jehovas schlecht und böse. Und sie wünschen sich eine bessere Welt. Und wenn sie fleißig da in die Versammlung, auf die Zusammenkünfte und ihre Sachen da machen, dass sie letztendlich dann ins Paradies kommen. Und die Regeln sind da sehr streng und meine Mutter hat halt gegen die Regeln verstoßen, dass sie erst ins Säge und nicht verheiratet war, weil das ist auch sehr wichtig. Und dass sie halt daraus auch noch schwanger geworden ist. Und ich habe das für mich so erlebt, dass meine Großmutter sehr prüde war. Also das habe ich in solchen Situationen erlebt, wenn ich mal einen Film angeschaut habe und die haben sich da geknutscht, dann ist meine Oma völlig ausgerastet. So nach dem Motto, was tun die da? Und meine Mama, die war eher so diese, wie so ein bisschen, ja, das waren ihr zu viele Grenzen und sie ist immer gegen diese Grenzen. Also sie, Grenzen galten für meine Mutter oft nicht oder sie hat sie überschritten oder wie auch immer, was sehr verständlich ist, wenn sie dann so eine Kindheit hatte, die voller extremer Grenzen war. Also, ja. Und für mich war das irgendwie, es waren halt einfach in diesem Haus zwei verschiedene Welten und ich habe auch die Stimmung mitbekommen. Die haben sich zwar unterhalten, halt aber auch nicht so gesellig, wie man sich vielleicht normal unterhält. Du hast irgendwie zwischen den Zeilen immer lesen können, da ist was, was nie ausgesprochen worden ist. Hast du heute einen Zugang zu dem Gefühl, was so vorherrschend in deiner Kindheit in dir war? Ja, letztendlich ringen nach Aufmerksamkeit. Das ist dieses, also ich habe enorm früh, durch das, dass meine Mama eher mit mir schwanger war und sich dazu entschieden hat, mich zu bekommen, habe ich ja letztendlich schon die Verantwortung bekommen, ich muss die Mama glücklich machen. Und von dem Zeitpunkt an, ich hatte noch einen Bruder oder ich habe noch einen Bruder, der kurz eineinhalb Jahre nach mir kam und von dem her hatte ich von Anfang an eigentlich die Verantwortung, die Mama glücklich zu machen und das hat sich halt dann so ausgewirkt, dass ich halt die Mutterrolle übernommen hatte. Also, wenn die Mama traurig war, habe ich die Mama getröstet, die Mama hat ganz viel gearbeitet, die war ständig gestresst, hatte ständig viel zu tun, also habe ich auch den Haushalt geschmissen. Selbst das war oft nicht gut genug. Also, ich habe mir dann auch irgendwann, das weiß ich noch, habe ich Listen geführt, um ihr aufzuziehen, was ich denn heute schon alles gemacht habe. Also, es war eigentlich ein Ringen nach Aufmerksamkeit, weil, ja, und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin dann trotzdem nicht genug, obwohl ich so viel mache. Ja, es klingt unfassbar anstrengend, so wirklich alles zu leisten und alles zu geben und dann, um dann wieder zu erfahren, dass es wieder nicht gereicht hat. Jetzt war aber nicht nur deine Mutter in deiner Kindheit sehr prägend, sondern da gab es auch noch einen Mann, der dich geprägt hat, auch mit einer sehr narzisstischen Art. Wann ist der denn in dein Leben getreten und wie hatte ich das gemacht? Du redest jetzt von meinem Arbeitgeber, oder? Von meinem Chef, oder? Ja, ich hatte das so verstanden, dass der relativ früh in dein Leben getreten ist, oder war das erst... Naja, das war dann schon eher in der Jugendzeit. Also, mit 15 hatte ich die Schule beendet und habe mir eine Ausbildung gesucht und bin dann prompt, naja, auch an einen narzisstischen Chef geraten. Okay. Das heißt, da habe ich dann was im Vorgespräch falsch verstanden. Da bitte ich um Entschuldigung. Wenn du gern nochmal zurückgehen möchtest und aus deiner Kindheit noch was gerne teilen möchtest, dann mach das gerne vorher. Also, was ich, glaube ich, was ich nochmal aufgreifen will, was du vorhin anders verstanden hattest. Also, meine Mama hatte einen Partner, da war ich ungefähr acht Jahre alt und ich habe eigentlich, seitdem ich klein bin, habe ich mir einen Papa gewünscht. Und immer wieder, wenn sie weggegangen ist, abends mit ihren Freundinnen, bin ich auf der Couch rumgesprungen und habe, Mama, Mama, suchst du uns heute einen Papa? Und irgendwann hat sie halt mal jemanden mit nach Hause gebracht und in den war ich eigentlich vollkommen verliebt. Also, das war mein Papa, endlich, endlich habe ich jemanden. Und ich glaube, das lag auch daran, weil ich einfach nie diesen Draht mit meiner Mama hatte. Ich hätte einfach so einen Ausgleich gebraucht, weil ich mich halt oft mit ihr gestritten habe. Wir waren uns auch nie einig. Ich bin halt auch von der Persönlichkeit ein ganz anderer Mensch und da hätte ich mir einfach immer jemanden, ja, auch an meiner Seite gewünscht, der mich versteht. Und dieser Mann, der war, das war einfach mein Papa-Ersatz und das war ein sehr prägendes Ereignis, weil der ist dann eigentlich, nach ein paar Jahren hatte der einen Gehirntumor und ist dann relativ schnell gestorben. Also, das ging innerhalb von sechs Monaten, war es dann so. Und ich weiß auch noch den Tag, da hatte ich einen Banda-Tag und als diese Nachricht kam, also ich weiß auch noch, was ich an dem Tag gegessen habe. Also, das war sehr einschneidend für mich. Und diese Sehnsucht nach einem Papa, die war trotzdem da. Und irgendwann habe ich halt dann in den Jugendamtsunterlagen geforscht, heimlich bei meiner Mama zu Hause in den Ordnern und habe da quasi eine Adresse gefunden von meinem Papa und habe da einfach ein Foto mit einem Brief an ihn geschickt und irgendwann kam auch eine Antwort. Und dann musste ich halt auch meiner Mama erzählen, was ich da gemacht habe. Und es kam dann zu einem Treffen. Aber es war halt irgendwie diese Bindung, die waren nie richtig da. Das heißt, dieser Ersatzvater, den du dann leider auch wieder früh abgeben musst, das war ehrlicherweise so derjenige, der am meisten Vatergefühle, sage ich mal, oder ja, Gefühle für einen Vater in der ausgelöst hat. Kannst du es uns erklären, was er dir gegeben hat, was du so an ihm geliebt hast oder was so anders war, dass du zu ihm so eine schöne Beziehung aufbauen konntest, wie du sie ja anscheinend zu deiner Mutter nicht hattest? Ich glaube, der hat mich einfach so genommen, wie ich bin. Der hat mich da nicht verbiegen wollen. Also ich habe da auch nicht in irgendeine... Ich glaube, der hat mich wirklich so genommen, wie ich bin. Hattest du nicht das Gefühl, es was sein zu müssen oder was leisten zu müssen, sondern es war so gut. Ja. Und der hat sich für dich interessiert? Ja. Ja. Aber halt leider nur eine kurze Zeit. Wie alt warst du, als er dann gestorben ist? Ich meine sogar, dass ich da acht war. Und so mit sechs Jahren, also ich glaube, ein bis zwei Jahre waren die zusammen. Und wie war es für dich, als du dann deinen leiblichen Vater kurz gesehen hast? Wie hat sich das angefühlt? Also da war ich auch. Ich weiß noch, dieses Kennenlernen war so emotional, dass ich halt auch richtig geweint habe. Und das war einfach... Ja, ich habe mir einen Wunsch damit erfüllt. Und es war dann schon so, dass dann in dieser Anfangszeit, dass ich dann immer wieder mal zu ihm gefahren bin und ich auch im Urlaub mit ihm verbracht habe. Aber so eine... Bis heute ist da eigentlich keine richtige Bindung. Und was natürlich dann auch noch rauskam, das war dann so für mich irgendwie so... Wo ich das jetzt im Erwachsenensein so verstanden habe, der ist auch bei den Zeugen Jehovas. Also für mich ist das irgendwie, ich habe da ein Thema damit und letztendlich kam es vor ein paar Jahren sogar zu einem Treffen und ich wollte einfach wissen, was er so für eine... Also als Erwachsener, dass ich da einfach auch nochmal drauf geguckt habe, was hat er für eine Persönlichkeit und was habe ich von ihm und ich habe sehr viel von ihm und darüber bin ich so dankbar. Nur das Thema mit dem Glauben, das ist einfach nicht meins. Und da will ich ganz, ganz großen Abstand davon nehmen, weil es fühlt sich... Also so gemaßregelt, ständig zu werden, das fühlt sich nicht gut an. Und ja, deswegen habe ich da jetzt nicht den Drang, da eine ganz normale Tochter-Vater-Beziehung aufzubauen. Und ich habe damit, glaube ich, abgeschlossen. Für mich war es nochmal wichtig zu wissen, wer er ist und was wir zusammen haben. Aber so ist es einfach nicht. Ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Frage für seine Identitätsfindung, dass man auch Kontakt zu dem Vater hat und ihn vielleicht mal kennenlernt. Und es ist ja auch spannend zu hören, dass du so viel von ihm hast, obwohl du gar nicht viel mit ihm zu tun hattest. Das stimmt. Wie würdest du die Beziehung zu deiner Mutter beschreiben? Was hattet ihr? Ihr hattet ja eigentlich eine Mädchen-WG, wo man denken könnte, ja, wir zwei, wir trotzen Wind und Wasser. Es war ständig... Also meine Mama und ich waren uns eigentlich oft nie einig. Also es war oft so, dass sie immer meine beste Freundin sein wollte. Auch teilweise das gar nicht verstanden hat, wenn ich zu Freundinnen bin. Also ich hatte da so in der Grundschule eine Freundin, zu der bin ich ganz oft gefahren, weil die hat für mich einfach das Ideal an Familie dargestellt. Also die hatten ein Haus, die hatten Vater, Mutter und noch ein Geschwisterchen. Und die haben sich irgendwie, die Mutter hat sich hingesetzt, Mittag zum Hausaufgaben machen. Also das hatte ich alles nicht. Ich glaube, das war eine ganz große Sehnsucht, warum ich auch immer so gern zu dieser Freundin bin. Ja, meine Mama, die war halt immer die Coole, die ein cooles Auto gefahren hat, die natürlich auch nie Zeit war. Also ich konnte mich auch nie auf meine Mutter verlassen. Also das war... Also sie hat viel gearbeitet, ja, aber das war halt auch oft so, dass ich in der Arbeit angerufen habe, Mama, wann kommst du heim? Ja, ich komme gleich. Und dann war sie zwei Stunden später immer noch nicht da. Also als Kind ist das eine sehr lange Zeit. Ich stand eine Ewigkeit am Fenster und habe immer geguckt, wann das Auto kommt. Und das ist mittlerweile auch so, dieses sich aufeinander verlassen können, das konnte ich auf meine Mama nie. Und das ist auch mir mittlerweile ein sehr wichtiger Wert. Also ich merke, dass so Werte, die ich als Kind nicht erfahren habe, die sind mir heute sehr wichtig. Und da gehört die Verlässlichkeit einfach dazu. Und ja, sie wollte halt immer nach außen hin die tolle, coole Mama sein. Und wenn ich dann zurückdenke, so aus, bis ich ausgezogen bin, ich weiß es noch, als ich ausgezogen bin, da hatte ich einen Freund. Erstens saß er dann schon immer ganz traurig auf der Couch, wenn ich mal abends zu meinem Freund gefahren bin. Da war ich dann schon so 22, 20 rum und hat einen ein Gesicht gemacht wie die Traurigkeit schlechthin, weil ich jetzt zu meinem Freund fahre und nicht die Zeit mit ihr verbringe. Und dann irgendwann war es halt so weit, dass ich in der ähnlichen Zeit Bulimie gekriegt habe und ausgezogen bin. Und bei meinem Auszug war es so, dass sie, sie saß halt da am Esstisch und hat halt dann beleidigt getan, währenddessen ich meine Kiste rausgetragen habe. Also sie war halt beleidigt und gekränkt, dass ich jetzt mit 22 ausziehe. Was ja ein normales Alter ist, um Pflücke zu werden. Ja, und hatte halt auch nach diesem Auszug immer wieder das Gefühl, ich muss die Mami glücklich machen und ich besuche sie einmal in der Woche. Aber eigentlich hat sich das immer wie so eine Pflicht und es ist anstrengend angefühlt. Während dieser Besuche war ich ja gar nicht präsent. Es war ja nicht so, ach, endlich bist du da, sondern ja, so nach dem Motto, dass sie ja eigentlich gerade was anderes macht oder hat mir dann oft in Gesprächen gar nichts zugehört. Das ist wahr, ich war dann, sie hat mir einfach das Gefühl vermittelt, dass ich nicht wichtig bin. Ja, und so mit 22 war das das Ende unserer Mädels-WG. Einerseits immer diese Einforderung, dass du da bist, dass du sie retten sollst, dass du die Verantwortung übernehmen sollst, dass du sie glücklich machst. Und auf der anderen Seite aber auch dann gar nichts wirklich für dich zu tun. Weder in deiner Kindheit noch als Erwachsene, wenn du dir dann die Zeit für sie genommen hast und sie besucht hast, sich in dieser Zeit sich dir aber überhaupt nicht gewidmet hat, sondern es ging halt immer um sie. Wir haben eben schon kurz angesprochen, bevor du ausgezogen bist, bist du in die Lehre gegangen. Und dort hast du ja auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Magst du uns da ein bisschen nochmal reinholen? Also ich habe die Mittelschule, damals war es noch die Hauptschule, besucht, habe mein Quali gemacht und dann war es üblich, dass man dann einfach nach dem Arbeitsplatz sucht und habe mich dann so beworben und bin dann letztendlich auch bei einem Narzissen gelandet, was mir über Jahre ja gar nicht bewusst war. Aber ich kannte einfach diese Dynamiken, ich wollte gefallen. Es war wichtig, dass der mit mir zufrieden ist. Ich weiß noch einmal, da habe ich halt irgendwie was Falsches gemacht und dann hat er mich beschimpft, dass ich dümmer wäre wie sein Hund. Also das waren so Sachen, da war ich natürlich gekränkt und traurig, aber irgendwie gab es irgendwie in mir einen Motor, der immer noch angetrieben war, sich da zu verbessern und besser zu werden und noch mehr zu gefallen. Und ja, der ist halt dann auch oft cholerisch ausgeflippt, hat uns Mitarbeiter oder halt dann auch mich angeschrien. Ich weiß noch, ich habe dann so Sachen gemacht wie Rasenmähen, war es ja gar nicht eigentlich in meinem... Also ich wurde halt dann eigentlich auch ausgenutzt für meine Tätigkeit aus Auszubildender. Ja, und ich kann mich auch noch... Da war ich dann schon länger einfach... Ich war halt einfach so... Ich habe mich halt dann so hocharbeitet, dass ich halt auch die rechte Hand des Chefs war und weiß aber noch, dass es da einen Arbeitstermin gab, der am Wochenende stattgefunden hätte und ich eigentlich von meinem Arbeitsstundenpensum schon durch war und er trotzdem verlangt hat, dass ich da komme, weil wenn die andere Mitarbeiterin kommt, die wohnt ja weiter weg. Also deswegen... Ich wohne ja in der Nähe, deswegen habe ich auch da zu sein. Und das war irgendwie auch so verletzend für mich, dass ich wohl nicht so viel wert sei wie die andere, weil die andere kriegt jetzt frei und ich muss trotzdem da sein zum Arbeiten. So hat sich das angefühlt. Und das hat sich halt... Wir haben halt dann auch irgendwann die Gebäude gewechselt, haben uns da in unserer Firma vergrößert. Da ist natürlich das Arbeitspensum gewachsen. Ich wollte natürlich auch gefallen, wollte eine gute Leistung bringen. Ja, und dann irgendwann war es halt für mich dann so weit, dass ich mit meiner... Ich hatte davor eine Therapie gemacht, weil ich Bulimie hatte und das Ganze war beendet. und dann hatte ich irgendwann so den Drang, ich brauche eine Auszeit. Und bin dann auf eine Alm gegangen für den Alm-Sommer und hatte da ein bisschen Bammel davor, wie ich das kommuniziere. Aber letztendlich haben sie mir zwar schon den Vogel gezeigt, warum ich das machen will, aber der narzisstische Chef hatte natürlich wieder eine super Idee. Ich darf das machen, er erlaubt mir das. Er zahlt mir auch meinen Lohn weiterhin. Was mir im Nachhinein bewusst war, dann klar, weil danach musste ich nämlich nicht nur 100% Arbeitsleistung geben, als ich wieder zurückkam, sondern ich musste 120 geben. Und nach so einer Auszeit, da bist du einfach nicht mehr der Mensch, der du vorher warst. Also ich habe mich auch einfach verändert und ich wollte auch nicht mehr so viel leisten. Irgendwie ist da was in mir losgetreten worden, dass ich das nicht mehr wollte. Und der war halt noch unzufriedener mit mir. Der hat halt dann wirklich mich wegen Kleinigkeiten zur Sau gemacht und cholerische Angriffe auf mich letztendlich gestartet. Hat dann auch teilweise meine Bulimie als Mittel genommen, indem, dass ich mal in der Küche stand, mir irgendwie, keine Ahnung, Gudeln warm gemacht hat und er hinter mir stand, na, das ist aber fettig, das geht dir dann auf die Hüften. Also so richtig gemein, wo er mich dann einfach zum Ausflippen selber auch gebracht hat. Also ich war halt dann auch jemand, der enorm emotional, also ich bin jetzt auch nah am Wasser gebaut. Der wusste halt auch die Knöpfe, die er drücken muss, um mich ja wieder gefügig zu machen oder dass ich wieder funktioniere. Das heißt, im Prinzip haben sich viele, viele Muster wiederholt, die du aus deiner Kindheit kanntest, nämlich wieder alles zu leisten über deine eigenen wahrscheinlich Fähigkeiten hinaus und doch wieder nicht zu reichen und doch wieder nur gesagt zu bekommen, ja, falsch gemacht, nicht richtig, nicht schnell genug. Als du auf die Eim gegangen bist, wie alt warst du da? Da war ich so 27. Das heißt, du hast ja in deiner Kindheit nicht wirklich richtig gelernt, Grenzen zu setzen. Das hat sich dann nochmal deutlich gezeigt, dann auch in der Ausbildungsphase oder auch nachher noch im Arbeitsverhältnis. Und ich würde jetzt mal von dem, was ich jetzt von dir weiß, sagen, dass du so, als du ausgezogen bist, angefangen hast zu sagen, hier muss ich jetzt mal Abstand haben, hier muss ich mir mal eine Grenze zu meiner Mutter holen. Und die hat es dir auch wahrlich nicht leicht gemacht, da beim Auszug. Wie würdest du sagen, woher hast du diese Kraft genommen, dass da jetzt irgendwas passieren muss? Wie hast du das gemacht? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt denken, oh Mensch, ich würde auch gern, aber ich weiß nicht wie, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich schäme mich. Ja, wie hast du es gemacht? Also das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten, Katja. Also eigentlich, das denke ich mir ganz oft, wo nehme ich eigentlich diese Kraft und wo nehme ich das her? Aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl, das leitet mich. Und so wie ich das auch bei deinem Podcast oft raushört, dass viele auch gar nicht mehr so ein gutes Bauchgefühl haben, weil einem das ja ständig ausgerichtet wird, diese Gefühle. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass meine Mama so viel Arbeiten war und ich sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht habe. Und ich glaube, daher kommt es, dass ich noch so ein gutes Bauchgefühl und mit mir irgendwie, dass ich einfach, ja, dass ich da sehr drauf vertrauen kann. Denn wenn ich jetzt überlege, diese ganzen Schritte, die ich gegangen bin, die hängen alle irgendwie mit diesen Entscheidungen, mit meinem Bauchgefühl zusammen. Oh, das klingt spannend. Magst du uns da noch ein bisschen genauer was darüber erzählen, welche Schritte du durch dein Bauchgefühl geleitet gegangen bist? Ja, letztendlich, diese Auszeit war ja dieses Bauchgefühl, dass ich da einfach für mich gemerkt habe, ich muss jetzt da einfach mal was anderes machen. Ich muss da einfach mal Abstand gewinnen. Ich habe mein, nach dieser Auszeit, das war irgendwie, also ich muss wirklich danach ein anderer, also in dem Moment habe ich das gar nicht so wahrgenommen, aber ich muss als ein anderer Mensch zurückgekommen sein, weil ich auf einmal auch meinen Mann kennengelernt habe und der passte überhaupt nicht in dieses narzisstische Beute-Schema. Das war ein ganz, also der ist auch, der ist einfach jemand, der gut mit sich selber im Leben steht und ja, ein sehr ausgeglichener Mensch und ich, also diese, diese Typ Menschen, die so ausgeglichen sind, die haben mich ja eigentlich gar nicht so gereizt. Ich wollte immer so ein bisschen die, naja, so ein bisschen die risikoreichen Typen haben, die so ein bisschen, ja, die Bad Boys ein bisschen. Hatte aber das Glück, dass ich nie in so einer richtigen narzisstischen Beziehung war. Also das war, glaube ich, mein großes Glück. Ja, und was noch alles nach meinem Bauchgefühl entschieden worden, ja, auch dann, ich habe dann, wir haben relativ bald geheiratet und auch ein Kind bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile auch drei Kinder und irgendwann nach meinem dritten Kind habe ich dann mein Bauchgefühl entschieden, hey, ich brauche eine ganz, ganz große Auszeit von meiner Mama. Also wenn die da ist, habe ich ein viertes Kind da und das über, ich bin völlig überfordert, weil wir halt dann klassischerweise wieder in diese Rollen gefallen bin, ich bin die Mutter, sie hat sich da aufgeführt wie so ein kleines Kind, das mit meinem Kind überall die Aufkleber hingeklebt hat. Genau, also das war, also das war auch so ein Bauchgefühl, dass ich einfach für mich entschieden habe, nee, also ich musste jetzt erstmal Ruhe reinkriegen. Und ja, letztendlich mehr Beispiele habe ich jetzt gar nicht. Dann erzähl doch nochmal, wie das dann war, als du entschlossen hast, Abstand zu nehmen. Kamen da Schuldgefühle in dir hoch oder wie ist deine Mutter damit umgegangen? Also meine Mutter ist ja, die hat das erstes gar nicht verstanden, die ist ja völlig in die, noch mehr in die Opferrolle gefallen, weil es, also ihr geht es ja so schlecht, seitdem ich keinen Kontakt mehr habe und sie ist ja diejenige, die leidet und so weiter. Also natürlich hatte ich da Schuldgefühle, aber irgendwie war dieser Drang, ich brauchte jetzt einfach einen Abstand, der war einfach größer. Und ich glaube, mein großes Glück war auch der Mann, weil der einfach, der stand hinter mir, der stand die ganze Zeit hinter mir, der hat auch, währenddessen sie meine Kinder sehen wollte als Oma, hat er das übernommen und ich konnte mich zurückhalten. Also das war einfach ein großes Glück, dass das so war, dass er so stabil ist und gesagt hat, ja, er erledigt das mit meiner Mutter und genau. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, deine Frage verloren. Das finde ich wahr, weil viele, die irgendwie in toxischen Familien groß geworden sind und irgendwann für sich entscheiden, Abstand zu nehmen, ist ja sehr, sehr große Hürde, insbesondere wenn die Eltern dann auch älter werden. Darf ich das? Darf ich mir das erlauben? Darf ich die einfach fallen lassen? Weil das klingt ja bei dir jetzt auch so, als wenn du kaum noch Kontakt zu ihr hast? Also oder telefoniert ihr noch? Seht ihr euch noch? Also der Kontakt ist mittlerweile nicht mehr da. Das war aber, ich muss jetzt auch sagen, das war ein langer Prozess. Also das war eigentlich seit der Corona-Zeit und da hat uns Corona echt, ja, glücklicherweise kam das zur richtigen Zeit für uns, weil durch das Corona waren halt dann einfach solche Sachen wie Geburtstage oder Weihnachten, das fiel dann erst mal weg. da konnten wir uns halt dann schön rausreden und das war aber, das hat sich trotzdem gezogen wie ein Kaugummi. Ich wusste zwar, ich hatte, also was ich ganz sehr hatte, ich hatte einfach auch ganz große Angst und diese, selbst wenn ich das rational verstanden habe, wie so ein Narzisst tickt oder wie so die Schritte sind, diese Angst körperlich, die war, also die ist ganz oft noch da gewesen. Also ich weiß noch, wie ich dann teilweise das Zittern angefangen habe, wie sich der Oberkörper zu macht. Das dauert einfach lange. Selbst wenn du das rational verstanden hast, das ist da und ich glaube, da ist, was mir halt einfach auch sehr geholfen hat, einfach auch auf meine Beziehungen zu achten. Die Menschen, die in meinem Umkreis sind, also ich habe, ich glaube sogar, dieser Narzissmus, diese Erfahrung aus meiner Kindheit hat mich sogar dazu bewegt, was ja vielleicht jemand, der gesund aufgewachsen ist, ja nie macht, aber ich habe einfach auch mal meine Freundschaften, ich habe da mal die Karten umgedreht und habe mir überlegt, ist das wirklich eine Freundschaft? Was gibt die mir oder was kann ich ihr geben? Auf welcher Basis ist denn diese Freundschaft? Und habe da halt die Menschen um mich rum einfach so ein bisschen genauer angeguckt, mit wem umgebe ich mich da? Auch mein ganzer Alltag, das war ja teilweise, ich war so voll gepumpt mit Stress und dem will ich gefallen, hier will ich noch was machen, da will ich noch was backen und hier und da, dass ich da einfach schauen musste, das Ganze zu entzehren und das hat dazu geführt, dass ich ja mal vieles beleuchtet habe. Ich bin einfach mal mit der Lupe über vieles rübergegangen und das Thema Freundschaft, das war echt ein ja, längerer Prozess, wo ich mir dann einfach die Menschen angeschaut habe und mich entschieden habe, ja, du bist mein Wegbegleiter. Du hast ja im Vorgespräch mir erzählt, dass narzisstische Freundschaften anders beginnen und dass du sie wahrscheinlich jetzt sehr gut früh erkennst, aber wahrscheinlich hast du auch schmerzvolle Erfahrungen da gemacht mit diesen narzisstischen Freunden. Wie bist du damit umgegangen oder was hast du erfahren? Also ich hatte vor ein paar Jahren jemanden kennengelernt, die war relativ schnell, wir waren auf einer Wellenlänge und naja, die hatte dann auf einmal die gleichen Interessen wie ich und bei manchen Themen dachte ich mir so, ich bin jetzt ein sehr nachhaltiger Mensch, mir ist das auch sehr wichtig. Da hat sie gesagt, sie ist das auch, aber es hat sich dann so manchmal so ein bisschen überschnitten, wo ich mir gedacht habe, hä, dass sie das jetzt so macht, finde ich jetzt irgendwie komisch, obwohl sie gesagt hat, dass sie das Gleiche macht wie ich und das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht, trotzdem war das okay und das war halt so ganz schnell sehr intensiv, ganz viel, da hat sie mir auch ganz viel geschenkt und immer wieder was vorbeigebracht, da ist gerade meine dritte Tochter geboren und dann gab es ein Geschenk, was einen Wert von 50 Euro hatte, also so ein bisschen, wir waren jetzt nicht ganz so fest so lange beieinander und dann gab es schon sowas und dann ist es aber dann irgendwann, ich weiß nicht, nach einem Jahr ist es dann irgendwie zack, von heute auf morgen war es vorbei und auch wenn ich die dann irgendwo getroffen habe, die hat mich eigentlich ignoriert, also die hat quasi mich nicht mehr und dann kam halt in mir so ein Gefühl, oh je, was habe ich gemacht, Angst, Angst, also obwohl ich dieses Narzissmuswissen dann schon hatte, war dann trotzdem lange Zeit so ein Angstgefühl, oh je, die wollen mir was Böses, diese Narzissen, also da weiß ich noch, da bin ich auch durch so eine Zeit gegangen, wo ich immer wieder Angst hatte, diesen Leuten zu begegnen und ja, das hat sich auch erst einspielen müssen, also ich glaube, da ist halt einfach auch der Selbstwert, dass dein Selbstwert wächst, bis du da so drüber stehen kannst, das dauert einfach seine Zeit, also das ist mir schon auch wichtig, dass das auch viele verstehen, dass es nicht, wenn man das jetzt mal kurz macht, dass das von heute auf morgen, dass man das verstanden hat, sondern das braucht seine Zeit, also absolut und ich meine, du hast jetzt zwei Sachen, zwei Triggerpunkte eigentlich mit dem plötzlichen Wegsein deiner Freundin, einmal die Unzuverlässigkeit deiner Mutter, dass sie sich jetzt dann einfach auch nicht mehr gemeldet hat, dich ja quasi geghostet hat, wenn man jetzt mal in der Mannschaftsebene bleiben würde, würde man das so nennen oder man kann es natürlich auch da so nennen und zum Zweiten ist dieses Verlieren, dieser ständigen Verluste in deinem Leben auch von der männlichen Seite her, über deinen Ersatzpapa, deinen richtigen Papa, das ist ja auch was, was du mehrfach erleben durftest und musstest und das dann nochmal wieder in dieser Freundschaft zu erfahren, dass das am Anfang eine Panik auslöst, ist völlig verständlich, weil das eine kindliche Erfahrung ist, die getriggert wurde und diese Erfahrung, die nehmen uns dann oder geben uns immer gleich so Existenzängste oder das Gefühl, das nicht zu überleben zu können. Ja, sehr gut. Du bist jetzt selbst Mama von drei Kindern. Sicherlich ist es eine Herausforderung, wenn man selbst so eine Kindheit erlebt hat, das besser zu machen. Welchen Tipp oder wie bist du vorgegangen, was kannst du unseren Hörerinnen mitgeben, die vielleicht auch mit einer narzisstischen Mama groß geworden sind und diese Fehler einfach nicht machen möchten in der Zukunft mit ihren Kindern? Also das war auch ein langer Prozess, weil ich keine Orientierung hatte. Also ich konnte mich nicht nach oben zu meiner Mama orientieren, sondern ich war irgendwie lost. Also ich wusste dann schon, ich wusste zwar in meinem Kopf, ich möchte das anders machen, aber ich wurde halt dann, sobald die Kinder größer geworden sind, sobald sie dann in so ein Trotzalter kamen, da habe ich total meine Mama gesehen. Ich bin ausgeflippt wegen Kleinigkeiten und am Ende tat es mir dann total leid, aber ich kam aus diesem Strudel dann auch gar nicht raus, aus diesem Trigger- Strudel und irgendwann kam dann der Moment, wo ich mir dann einfach Erziehungsratgeber beziehungsweise parallel dazu auch meine Persönlichkeit entwickelt habe. Also das ist eigentlich so zweischneidig, mal kam das Thema dran, mal kam wieder ich mehr dran, aber im Grunde liegt es daran, dass du einfach mit dir selbst aufräumst, mit deiner Konfliktscheu, mit dem deine Grenzen setzen, sag Nein und sag ein Nein und das ist das Ja zu dir selbst. Also das ist auch so ein bisschen mein persönlicher Leitspruch. Grenzen setzen, Konfliktscheu, mein Selbstwert und letztendlich das, was ich gelernt habe, konnte ich letztendlich am Objekt meiner Kinder ja gleich wieder prüfen. Also das war schon manchmal auch eine Challenge für mich, was ich da für mich gelernt habe und dann konnte ich es ihnen halt auch, was die Glaubenssätze angeht, konnte ich ihnen das auch gleich wieder weitergeben. Aber das ist halt ein langer Prozess, weil man kann halt letztendlich nicht die Sachen abrufen von einem selber, sondern man muss das alles neu lernen, auch die Empathie. Das ist irgendwie auch gerade meine Challenge, Empathie zu lernen. Also die Empathie, die habe ich nicht gelernt. Ich bin zwar ein sehr gefühlsvoller Mensch, aber ich merke, in manchen Situationen will ich, da manipuliere ich irgendwie auch, weil ich halt auch will, dass das jetzt passiert und merke aber, dass das nichts mit Empathie zu tun hat. Und das ist schon, da bin ich sehr dankbar drüber, dass man es lernen kann, aber ich merke auch, dass das halt einfach Schritt für Schritt geht, dass ich halt da jetzt für mich merke, die Empathie zu lernen. Vor allem Themen, die vielleicht mir jetzt nicht so gefallen, dass man da trotzdem empathisch reagiert. Und das ist auch so schmerzvoll, das einfach auch anzuschauen und sich einzugestehen, ich habe da ein Defizit. Ja, weil letztendlich als Mama möchtest du ja alles mitbringen, was die Kinder brauchen und was du denen geben willst. Also ich würde auch sagen, genauso wie du, es geht nicht anders, als dass man sich den ganzen Themen stellt und zwar von der Kindheit an. Es trägt alles dazu bei, es trägt die Persönlichkeitsentwicklung dazu bei, aber ich glaube auch gerade hier nochmal, es ist ganz wichtig in der Kindheit zu gucken, dass mit einem auch bewusst wird, was ist denn da alles schiefgelaufen und ich merke das jetzt gerade, ich habe ja den Online-Kurs herausgebracht, wo eben damit aufgeräumt wird, nur toxischen Familien und vor allen Dingen, wo jeder lernen darf, auch sein inneres Kind zu schützen und mit diesen Triggern besser und leichter umzugehen, wie viele einfach da so blinde Flecken haben, weil sie gar nicht auf einmal kommen, setzen und sagen, das hat meine Mutter auch gesagt und so hat mein Vater mich auch behandelt und bis dahin wurde das erstmal gar nicht als schlimm erachtet oder als falsch erachtet und das ist einfach auch super wichtig, dass das erkannt wird und da können halt solche Sachen helfen und unbedingt in der Persönlichkeitsentwicklung Richtung Selbstliebe, all das, was du nicht an Liebe in deiner Kindheit erfahren hast, dir selbst zu geben. Sehr schön, Sheila, das war ein kurzer, aber sehr intensiver, tiefer Einblick in dein Leben, in deine Erfahrungen, ganz unterschiedliche Bereiche, das mag ich ganz besonders an diesem Podcast. Wenn du abschließend den Hörerinnen und Hörern noch deine wichtigste Erkenntnis mitgeben möchtest, was ist das? Achte auf die Signale deines Körpers, dazu möchte ich noch ganz kurz noch erwähnen, dass ich einfach 18 Jahre an Migräne gelitten habe. Was ich mitgeben will, ist, achtet auf eure körperlichen Signale, denn ich hatte 18 Jahre lang Migräne und ich hatte einfach in meinem Nackenschulterbereich ein riesiges Päckchen und sobald ein Thema aufkam, hat sich das zugezogen und am Ende schlage ich mit Migräne im Bett. Achtet auf eure Werte, überprüft die, nach welchen Werten handeln wir, weil ganz oft handeln wir nach etwas und kennen unsere Werte gar nicht. Das hat uns als Familie auch mal gut zu schauen, was sind denn unsere Werte und wonach handeln wir, was ist uns wichtig, ob es die Höflichkeit ist, dass jemand nur höflich mit mir spricht und ich auch höflich mit was die Zuverlässigkeit ist, dass ich Zuverlässigkeit selber möchte, aber auch Zuverlässigkeit selber gebe. Dann ist mir auch noch wichtig, mir zu geben, achtet auf eure Beziehungen, mit wem umgebe ich mich, wer gibt mir Energie oder wer räubert mir Energie, also einfach nochmal zu schauen, was habe ich für Menschen um mich, die mich quasi auch durch meine Probleme leiten, eben die mir gute Ratschläge oder saugen die mich eher aus. Also mein Mann ist jemand, der sehr stabil im Leben steht und ich muss auch sagen, das war auch mein Heilgrund, warum ich konnte an seiner Seite heilen, weil er einfach so unbelastet in dem narzisstischen Feld ist. Also sehr stabil und das liegt halt auch daran, der einen sehr guten Selbstwert hat. Also er ist mit sich selber einfach zufrieden und das ist halt das Nächste. Also durch dich, Katja, durch diesen Kurs, den sie da machen können, ist es ja auch so, dass du wahrscheinlich auch durch das innere Kind auch sehr über den Selbstwert arbeitest. Und das ist einfach auch, der Selbstwert, sagt eine Psychologin immer, ist das Epizentrum unserer Psyche. Also wenn der Selbstwert gut ist und du mit dir selber im Reinen bist und du mit dir selber im Reinen bist, dann können dich solche narzisstischen Leute eigentlich kaum angreifen, weil du selber mit dir einfach im Reinen bist und wenn die Kommentare abwerfen, dann belastet dich das gar nicht. Und ja, also das sind so und höre auf dein Bauchgefühl. Also wenn ich jetzt so raus höre immer wieder, dass man in der narzisstischen Familie ein schlechtes Bauchgefühl hat, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich selber habe ein sehr gutes Bauchgefühl, also hört einfach drauf. Manchmal erkennt man ja schon, was einem gut tut und was nicht und da würde ich einfach schon sehr darauf setzen, dass man da vertraut. Genau. Super, schön. Wirklich vielen, vielen Dank, Sheila, dass du das heute mit uns geteilt hast und ich merke einfach, wie viel du selbst schon gearbeitet hast und wie weit du gekommen bist und wie sehend du geworden bist und wie dienle ich dir das jetzt einfach auch in deinem Leben, in deiner Beziehung, in der Erziehung und ja, in deinem Standing, in deiner Persönlichkeit ist und ja, das finde ich, gibt halt auch Hoffnung für jeden da draußen, der vielleicht heute sagt so, ach, ich möchte auch so sein wie Sheila und so weit sein, dass ich mit meiner Mutter brechen kann und für mich besser sorgen kann und ich glaube, dafür warst du heute ein ganz, ganz tolles Vorbild. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir, Katja und ich möchte damit auch meinen Freunden danken, die mir da einfach als Wegbegleiter immer zur Seite standen und auch die Geschichten, die ich da immer wieder erzählt habe, das ist halt auch oft, dass man auch ganz oft immer wieder was wiederholt. Also mein Mann musste ganz oft immer wieder die gleichen Geschichten hören, weil ich glaube, ich musste das einfach immer wieder abspielen, dass ich es verstehe und Freunde sind dafür da, dass man auch jemanden dadurch so eine Zeit durchbegleitet. Ja, sehr schön. Alles klar, vielen Dank, Katja und danke, dass ich meine Geschichte erzielen durfte. Ich danke dir. Vielen Dank.